Hallöchen und Herzlich Willkommen zurück. Hier sind wir wieder zurück bei dem Autobahn Moisai Simulator. Ja, jetzt ist mir das Game schon wieder gecrasht in der Aufnahme drin sogar wieder. Und deshalb habe ich jetzt einen anderen Standort und ein bisschen einen anderen Wagen. Ja, ich weiss nicht was da los ist heute. Ob es am Game liegt oder an meinem PC. Ich habe da gesehen, die Grafik hat ja den Driver aktualisiert. So, wir haben die Liegte hier. Das hat man jetzt in der Aufnahme nicht gesehen, aber die war nicht angestellt. Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam machen. Ja, ja, hören wir. Ist im Kofferraum. Genau. Und zwar, die Entwickler waren faul hier ein Kästchen hinzumachen. Deshalb wahrscheinlich. Weil hier wäre dieses Kästchen ja, das ich ja nicht gefunden habe. Ich komme mal in der Ordnung, sorry. Ja, selbst schuld. Gibt es halt Busse. Eine erste Hilfe ist extrem wichtig. Keller, Elena, Keller, Elena. Oh, TÜV habe ich nicht geschaut. Werden wir gleich sehen. Ausweis hat hier. Keller, Elena. Genau. Fahrzeugfunk. Kein Eintrag. Schauen wir uns schnell die Person ab. Ich kann nichts erkennen. Okay. Personfunk. Da wird man wohl nichts sein, oder? Genau. Ja, dann gehen wir mal schnell das Fahrzeug anschauen. So. Mobiltiefe. 0,3. Also, wie die denn wieder fährt. Hat sie denn nicht da? TÜV ist gültig. Schauen wir mal hinten rein. Rucksack. Haras mit Bier. Das sind eben diese. Die dann diese auf die Strasse werfen. Oder aus Versehen. So. Verkapptskasten hat die ja nicht. Das ist die selbst schuld. Hier geht alles. Darüber. Ich ziehe das jetzt im Schnellverfahren durch. Weil ich kann es ehrlich. Ich will es selbst gar nicht mehr sehen. Ich weiss nicht, was da noch alles an Featuren kommt. So. Das geht. Ja. Das hat man leicht gesehen. Aber bis jetzt. Für 20 Euro. Eher weniger zu empfehlen. Ehrlich gesagt. So. Wir machen hier Fusse. Die hat zwei Sachen dicht. Zwei Sachen falsch gemacht. Und die reifen auch noch. Drei Sachen. Genau. Bereifeln bremsen euch nach. Okay. Hab ich nicht gesehen. Kein Verbandgast. Fahrer ohne Sicherheit gewonnen. Das kostet 30 Euro. Das ist so teuer. Wir haben alles richtig gemacht. Super. Zwei von fünf. Dann schnell weiter. Wir können das jetzt schaffen. So. Und bevor die Aufnahmen wieder abrauschen. Zentrale an Capella Sumpf 02. Melden Sie sich. So. Schauen wir, wer da holen können. Kommt hier hinten noch jemand. Dinkt. Okay. So. Jetzt haben wir wieder aus dem Gank geklickt. Weil man mit dem Baus ganz einfach da links rüber kann. Auf dem zweiten Bildschirm. Wenn man einen hat. Zentrale an Combat Moor 02. Melden Sie sich. Was ist denn das für einer hier? Ja, den mustern wir gleich bald. Das sind wir ein bisschen näher. Da habe ich gerade bedachtens wo weg gesehen gehabt. Der ist da. Da ist etwas nicht in Ordnung. So. Raus mit dir. Träge dich jetzt ab hier. Oh. Der fährt eh noch bis hier. Ich weiss es ganz genau. Ah ne. Zentrale an Capella Sumpf 02. Melden Sie sich. So. Jetzt. Bis die. Mal auf die Prämise hätten können. Das ist so ähnlich. Dass sie nicht. Oh. Den hat er ferngehalten. Dass sie nicht einfach raus fahren können. Nein. Die müssen noch 20 Meter weit rollen. Wegen ein Delikt. Und das war vielleicht Müdigkeit. Oh. Also es war nicht. Es war einfach Schlagnini. Aber sie hat es komisch ausgesehen. Also es war wieder Bug vom Spiel. Kann auch sein. Die gibt es ja sonst nicht. So. Gibt es ja nirgends hier. Dokumente hat sie vielleicht auch noch dabei. Ich nehme immer die Wartreiecke und so zuerst. Weil. Das ist die Brau 4. Weil die einfach oben und unten sind. 7. 14. Das ist schon lange abgelaufen. Ich habe einen alten Tiefen von Jopalan. Der nicht vorbeifahren kann. Unglaublich. Es schnauft sich wieder alles. Also ja. Das Game schnauft sich bald bei mir. Ehrlich gesagt. Vielleicht so. 2-3 Folgen werde ich noch machen. Dann entscheide ich mal. Was denn hier. Also ich werde mal noch das freie Spiel. Vielleicht werden wir das auch zusammen spielen. Spielen. Und schauen. Was gibt es denn dort für andere Sachen. 0,4. Das ist wieder mal zu wenig. Mal schauen. Gibt es da überhaupt noch andere Features. Die überhaupt noch proben können. Weil wenn nicht. Dann äh. Tiefen ist abgelaufen. Das wussten wir ja. In der Verwandsklasse. Ist das in Ordnung? Okay. Ordner. Teddybär. Handtasche. So. Das da ist auch in Ordnung. Ich denke mal. Das war ein Dreik. Aha. Muss es wieder ablegen. So. Jetzt kann ich raus. Da habe ich glaube ich den Blick nicht angeschaut. Genau. Super. Profil. Scheisse wie immer. Da auch. Also auch das Auto gefällt mir nicht. Ehrlich gesagt. So. Wir sind wieder zurück. Dein Profil ist scheisse. Also dein Facebook Profil. So. Was haben wir alles am Ausgehen. Der Tief auch noch. Genau. Laufrecht. Und abblendlicht. So. Es hat immerhin Achsen gewogen. Ah. Das hätte ich auch noch können. Okay. Komm schnell hier hinterher. Schnell. Ähhch blöd. Hier kommen zwei LKWs. Schnell rein. Los. So. Jetzt müssen wir ein paar Autos überholen. Denn die waren sehr schnell unterwegs hier. Oh ne. Scheisse. Sind wir gerade am Ende. Zentrale am Adler Moor. 01. Achtung. Es gab einen Unfall mit Sachschaden auf der A32 in Richtung A42. Nehmen Sie den Sachschaden auf und sorgen für Sicherheit. Da gebe ich natürlich nicht hin. Ich will ja das Fahrzeug jetzt untersuchen. Ich will eigentlich so etwas machen. Aber da vorne hat es auch von dem Kandidaten. Die wir uns mal vorknüpfen können. Also ich muss sagen. Es hat positive Aspekte in diesem Spiel. Und das tatsächlich. Wenn das jetzt überraschend kommt. Teilweise bei mir auch. Ne. Aber es gibt einfach so Sachen. Die sagen. Ne. Das geht gar nicht. Ja. So. Wie es zum Beispiel jetzt wieder diese Show hier. Dann fährt er sowieso nicht auf dem Pantstreifen raus. Also sie haben das schon mal nicht richtig programmiert. Aber dann fährt man doch vielleicht noch 20 Meter weit. Bis man mal anhalten kann. Wenn man von 100 auf 0 abfremst. Also was sehe ich jetzt? Mal. Äh, wie geht das? Ich habe mir gemeint, der hätte so... Ja genau, jetzt wieder so Schlenker gemacht. Beim, äh, beim Rennen. Hast du auch... Scheisse! Die hat mich voll weggerabt, die Alte! Entschuldigung, deshalb bin ich jetzt versaut. Ich fand das sogar so lustig, wie das so Schlenker macht. So mit Schlenker da rum geht. So, dann könnten wir uns eigentlich auch auf die Bank setzen. Oder eigentlich, ab dem gestrigen Unfall müssen wir uns hier hinsetzen. Oder hinfahren. Das ist jetzt keine Beleidigung. Das ist, äh, einfach Tatsache. So, hier vor der Elke, wenn ich schnell... Entschuldigung. Zentrale an Agla. 01. Vorsicht! Objekte auf der A32 in Richtung A42. Ich muss dann... Schauen, ob da etwas erkennbar ist. Jawoll! Da hat ja fast jeder echt was. Fast. So, jetzt... Der geht raus. Bremst sofort ab. Aber dann muss er noch was Gas geben. Und das Licht scheint nicht so ganz okay zu sein. Irgendwie. Jetzt muss er einfach noch da runterrollen. Ich weiss nicht, ob das sein Ego oder... Keine Ahnung. Will er uns noch abhängen mit seinem lausigen... 5 kmh. Oh. Das will mir jetzt nicht nochmals passieren. Sch, sch, sch. Aber andere. Gut. Die Autos machen hier sowieso teilweise Krach. Aus dem Verkehr gezogen Weg. Defekte. Keine Ahnung. Das war ein Dreieck. Der Kabinenbereich ist eben da unten. Den habe ich nie gesehen. Das habe ich erst einmal gemerkt gehabt. Als die Aufnahme dann abgerauscht ist. Das war natürlich ein super Erfolg. So, Dokumente. Den Führerschein hat er verloren. Das ist ein Hemphurt. Da hält wieder einer an wie ein... Personalausweis hast du auch noch. Das ist ja fast wie bei einem Unfall hier. Jetzt müssen alle hier nach drüben. Der Braunohr. Aha. Wir sehen uns den schnell an. Er schaut natürlich... Er schaut den genau an. Man sieht es genau. Er schaut den genau an. Er kann nichts Verdächtiges erkennen. Der Teufel ist abgelaufen. Das ist ja erfreulich. Ihr Fahrzeug liegt ausserhalb der erlaubten Grenze. Das muss ich leider vermerken. Oh. Schauen wir mal noch schnell ein Fahrzeug. Kein Eindruck. Vielleicht über den Fahrer. Vielleicht hat er das schon oft gemacht. Nicht. Ist schade, dass man da weniger rausbekommt. Ehrlich gesagt. So verbundenen Gegenstädte. Nö. Schauen wir uns mal die Karre an. Also hier die Reifen. Und hier ist eben dieser Kasten. Mal schauen wie es diesmal läuft. Genau. Genau. Das ist glaube ich so... So eine Kacke. Aha. Jetzt kommt immer das Fall nicht. Jetzt habe ich aber alles angeschaut. So. Schauen wir gleich schnell hier. Er ist abgelaufen. Das ist ja wieder toll. Okay. Bei dem ist wohl alles abgelaufen. Dem würde ich nicht gerne im Kühlschrank sein. Nehmlich der TÜV ist auch abgelaufen. Die Ware da drin. Die ist... Die ist tatsächlich gesichert. Unglaublich. Also ja. Auf der Palette. Nicht im Lastwagen. Das ist immer noch... Warenlautfrachtpapier und Milchprodukte. LKW hartgeladen. Filme. Ach. Ist das so ein Pole? Inkorrekt. Oh. Jetzt wird es aber richtig dick. Ach so. Deshalb sind auch diese Scheiss-Film-Symbolen hier drauf. Die... Überhaupt keine Bugs vorweisen. Nein. Gar nicht. Das ist alles im besten Ort. So. Mal schauen was denn... Aha. Die Palette lassen wir natürlich so quer drin. Die gehen sowieso danach in den Spott. Weil die ja illegal sind. Winkerlich. So. Aber was ich schade finde, dass man den... Verfahren nicht darauf ansprechen kann. Weil äh... Wenn man jetzt im Fernsehen so eine... Serie schaut. Wo die Polizisten andere kontrollieren. Der Rücken geht nicht. Ist ja abgelaufen. So. Wenn wir uns das Kennzeichen ansehen. Ist ja klar. Bleibt die Welt stehen. Einfach so mal. Bleibt sie stehen. Einfach so. Unbeschreiblich. So. Freundchen. Jetzt frage ich doch alles aus. Denn so geht es ja nicht. Ja. Die gleiche Ausrede wie immer. Dann hat es nämlich nichts getrunken. Das weiss ich ja jetzt schon eigentlich. So. Ich habe eigentlich keine Lust den auf die Wache mitzunehmen. Deshalb muss ich wieder zur Wache fahren. Das wissen wir ja wie das scheisse ist. Deshalb gebe ich dem einfach nicht raus. Vielleicht bekommen wir dann weniger Punkte. Denn so dürfte der überhaupt nicht weiter fahren ehrlich gesagt. Aber ja. Der müsste mich eigentlich verhaften. Wegen dem Filmen. Aber ja. Ableh dich. Bereifung. Fahren. Richtungsanzeige. Überschreitung. Oh. Überschreitung der zulässigen Tageslenkzeit. 360 Euro. Falsche Ladenpapiere. 250 Euro. Die Achse im Gewohnen. Scheisse. Schon wieder vergessen. Aber muss man denn nur einem Aussack. Bus Geld geben. Ja. Das könnten jetzt. Das könnten keine. Das könnten keine illegalen Filme sein. Nee. Die lässt man einfach so weiter ziehen. Ist ja klar. So kommt den nehme ich gar nicht fest. Vorsicht. Es wurde gemeldet. Ein Fahrzeug hätte einen Schaden erlitten. Auf der A28 in Richtung A42. Gewehr das nicht schnell den normalen Verkehrsabkommen. So. Schnelle Muster. Schaut ob mit dem was okay ist. Ja dann ist gut. Gehe es weiter. Dann lässt man einfach weiter fahren. Jetzt würde mich interessieren. Fährt er dann weiter? Könnten wir den nochmals kontrollieren? So. Das wäre ja noch das Beste da. Ich habe mich abgebremst. Der gibt voll Gas. Er hat etwas zu verbergen. Das ist der gleiche. Er muss seine Filme in Sicherheit bringen. So. Hier kommen wir wieder. Oh. 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 Der ist nicht. Danke schnell. Na dann. Dann muss ich gleich mal. Dann muss ich einfach mal das Blau nicht rein schauen. Sirene. So mal schauen. Vielleicht. Es wäre ja wieder interessant. Wenn der jetzt abhauen würde. Das macht er nicht. Das ist okay. Also. Ja. Du bist wieder mal von Rundertag aus. Zentrale an Norbert Mohr 02. Melden Sie sich. So. Das schaffen wir gerade noch in dieser Folge. Wenn ich mich ein bisschen beeile mit Ausfragen. So. Wir schauen hier in die Warte rein. Gut. Tagwand. Kein Blastenschimmer. Aha. Du freut dich schon wieder. Hier gibt es ja etwa vier Typen an Menschen. Angeschnappt. Äh. Vier Typen an Menschen. Das ist die einzige Auswahl. Ja. Danke. So. Wir fragen das ab. Ich kann es eben leider nicht beschleunigen. Ich glaube. Nein. Das geht leider nicht. Die sind halt so langsam besprechend. So. Die Dokumente gerne. Fahrzeugpapier hast du nicht. Aha. Dann sehen wir uns mal die Dokumente an. Wer ist denn das? Fuchs Simon. Aha. Machen wir mal einen Funk über das Fahrzeug. Obwohl wir das noch nicht gesehen haben. Aber es ist nichts bekannt über das Fahrzeug. Es ist einfach noch nicht für gestohlen gemeldet. Also. Hallo. Ist für mich ganz klar, dass das Fahrzeug gestohlen ist. Verbot der Gegenstände. Nein. Schauen wir uns das nicht schnell an. Wir haben nichts verdächtiges erkennen. Schauen wir uns den Fahrzeug an. So. Jetzt habe ich ein bisschen schneller geklickt. Habe ich schon Angst gehabt, sei es wieder abgestürzt. Rückfall, ich gehe nicht. Also einfach, dass ein Uber hier kaputt ist. Der Typ ist gültig. Woran erkennt er das? Das wäre mal meine Frage. Okay. Also ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Aber das erkennt man doch nicht am Schild. Um jetzt. Also ja. Da hätte es vielleicht einen Aufkleber. Das könnte sein. Das ist auf jeden Fall abgelaufen. Okay. Ja. Da will ich auch nichts ständig aufs Neues kaufen eigentlich. Ehrlich gesagt. So. Wir haben das alles angeschaut. Viel Tiefe. Wie können wir die Achsen... Linken geht. Super. Das Dummenschild. Das Warten. Licht geht. Linken geht. Wie kann ich die Achsen? Dann habe ich da etwas hinten drin. Das ich da nehmen kann. Ich weiss eigentlich die Folge wäre vorbei. Pilot. Leuchten. Ja. Ach komm Scheisse. So. Hier. Wir sind wieder hier. Da muss ich leider am Fussen erteilen. Das ist wirklich ärgerlich. Ja ja ja. Schlussläuchten. Genau. Bereifug ist auch nicht gut. Karpanzkasten. Doch. Er hat ja... Ah ja. Ja. Hier wird er sonst kein Karpanzkasten angegeben. Und Führerschein. Ich bin dabei. Gibt 150 Euro. Die Achsenweise hatte ich gerade. So. Dann machen wir hier die Schichtende beantragen. Fahren hier schnell. Ja. Das geht jetzt noch eine Weile. Ja. Das geht noch eine Weile. Weisst du was. Dann sage ich jetzt schon tschüss. Ich spule das noch ein bisschen. Leg noch eine Musik drunter. Keine Ahnung was. Irgendwas was scheisse ist. Damit es zum Game passt. Nee. Gar nicht. Das ist überhaupt nichts. Nee. Was habe ich denn da gesagt? Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ja. Einen werde ich auf jeden Fall noch machen. Außer das Game stürmt komplett ein bei mir. Aber jetzt. Schönen Abend zusammen. Jetzt. Folger. Full Speed. Polizei sind wir an. Rack. Auf dich. Ja. Ich habe meinen saubern Сейчас. Va klar. Wir sehen uns locker. Das macht'sarc Euphilis. Das macht's suppose. Ich glaube ich muss nicht yesen. Das macht'sys rulers mit messen. Wir sehen auf einem Humor. Ich fühle dich da. Das macht es Patty. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020